Hätte nicht gedacht, dass in der Wolfskarre so viel Platz ist. Ja, fahren wir. Jupp, jupp, juhu! Oh, das neue Mädchen glaubt mir nicht. Puh, ich habe sowieso eine viel bessere Idee. Oh, oh, wie halten wir die jetzt auf? Ich finde den echten schon raus. Eulen auf! Kalt. Kalt. Kalt! Kalt, seid kalt! Olette, liegt langsamer, mir ist schlecht. Es muss eine andere Lösung geben. Du fliegst zu schnell. Ich habe keine Wahl. Nein! Puh, flatternde Federn. Mein Eulengleiter. Wieso hast du nicht auf uns gehört? Ja, wir wissen nämlich auch viel. Zum Beispiel, wie man Unfälle vermeidet. Nicht so schlimm. PJ Robo repariert ihn. PJ Robo. PJ Robo, wo bist du? Er antwortet sonst sofort. Das ist nicht gut. Und das passiert genau in der Nacht, in der eine Eismaschine verschwindet. Hm, sie ist in Romyos Labor, das weiß ich genau. Ihr seht nach PJ Robo. Bis gleich. Ja! Ja! Hehehehe! Hehehehe! Äh, nein! Hehehehe! Hehehehe! Wow! Ist das cool! Was ist denn das für ein Knopf? Hehehe! Warum ist alles auf einmal so riesig? Hehehe! Hehehehe! 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 Was machst du denn in der Tonne? Hehehehe! PJ Robo, bitte kommen! Wir brauchen Hilfe! Du musst uns sofort reinlassen! Öffne die Katzenklappe! Hör, wie der berühmte Catboy mit seiner, ähm, Samtbote an die Tür des Hauptpartiers klopft! Hehehehe! 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 Es funktioniert! Leute, ich weiß nicht so recht. Wie eine gute Tat kommt mir das eigentlich nicht vor. Hehehehe! Ach was, Kevin! Auch Helden müssen Ziele anpeilen! Au! 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 Oh! 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 Ah! Oh! Ah! 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 Das Bild kenn ich doch! Hä? Wah! Ah! Wah! Leute, was haben wir nur angerichtet? Die PJ-Fahrzeuge sind außer Kontrolle. Wir haben alles geschrottet. Das ging ja schnell. Sogar für uns Wölfies. Nichts mehr weg hier. PJ-Robo habe ich nicht gehört. Aber ich bin mir sicher, da war ein Heulen. Mit diesen Wölfies haben wir uns ja ganz schön was ans Bein gebunden. Echt wahr. Das ist es. Beine. Damit kriege ich uns hier wieder raus. Super, Gekko-Moskel. Klitzekleiner Ninja-Lino. Wo treibst du dich denn rum, Klitzekleiner? Wir wollen los. Klitzekleiner, kommst du? Komm in die Gekko-Moskel, Klitzekleiner. Wir waschen. Ein Monster. Hey, passt auf, Ninja-Linos. Der Typ wirft mit Klebeklatschern. Das war knapp. Schon wieder. Sie drehen um. In der Gekko! Armer Klitzekleiner, das Klebeklatscher-Monster hat ihn wohl erwischt. Oh, der Winzling wird mir ganz schön fehlen. Klitzekleiner, dir geht's ja gut. Warte, wo ist das Klebeklatscher-Monster? Dann ist es immer noch da drin. Stopp! Was machst du hier, Nacht-Ninja? Erster Schritt. Sich im Kreis drehen. Hat's geklappt? Keine Ahnung. Kann ich erkennen, weil mir zu schwindelig ist. Nächster Schritt. Rumschnüffeln. Meiner! Meiner! Echt zu ehrlich! Der gehört mir! Meiner! Schmeckt wie ein alter Schuh. Vielleicht ist das der allerletzte Schritt. Etwa sich im stinkenden Müll zu wälzen? Wehe, das klappt nicht, Heuler! Juhu! In Ordnung. Sehen wir uns unsere Wölfheit an. Alles wie vorher? Schau! Mir wächst gelbes Fell. Das Spiel ist aus, Wölfis. Rückt ihn raus. Dieser Werwolf ist in unserem Team. Catboy, rette ihn, während wir die Wölfis ablenken. Alles klar. Super Katzen-Tempo! Hey, Wölfis! Wie wär's mit etwas PJ-Power? Ha! Nichts überzifft unsere Wölfie-Power! Psst! Ruffles, komm schon! Bewegt die Pfoten, bitte! Hey, verschwinde! Heulen wir ihn weg von hier! Nicht, wenn ich euch zuerst davon wirble! Was? Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Was ist nur los mit diesen Hunden? Jipp, jipp! Ja! Super-Eidechsen-Griff! Super-Eulen-Sturz-Plug! Seht, der Himmel klärt sich auf. Wir sollten den Pfad überspringen und direkt zum Gipfel gehen. Ja, bei all den Fallen kommen wir sonst nie dort an. Ich mach das. Super-Eidechsen-Griff! Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Keine Sorge, ich helf dir. Okay, Leute, ich kann das nicht ewig halten. Ich starte in drei, zwei, eins! Jetzt schlag auf den Armen, wie ein Vogel. Hey, ich glaub, ich hab den Dreh raus. Okay, jetzt ich. Leute, wartet auf mich! Bereit machen für die Landung. Kein Ding. Katzen landen immer auf den Füßen. Moment, Katzen können nicht fliegen. Wie soll ich landen? Keine Sorge! Ich hab dich! Und, wie gefällt dir das Fliegen? Ich bleibe lieber beim Laufen. Aufgepasst! Super-Eidechsen-Griff! Das hat doch gerade so richtig Spaß gemacht. Äh, naja, wenn du meinst. Jetzt lasst uns nachsehen, was Nachtninja vorhat. Aha! Das muss der Platz sein, wo früher der Drachen-Gong stand. Huh! Ha! Stellt ihn genau hier ab, Ninjalinos! Hm, ein wenig nach links. Jetzt wieder nach rechts. So, perfekt! Jetzt befreit wir den Drachen aus dem Gong. Bleib locker, Großer. Wir sind Freunde schon vergessen. Du wagst es, dich mir zu widersetzen? Na toll, ihr habt mir gerade noch gefehlt. Wie seid ihr denn entkommen? Da musst du dir schon mehr einfallen lassen als ein bisschen Klebeklatscher. Äh, du vergisst dabei wohl, dass Anju uns gerettet hat. Das braucht er ja nicht zu wissen. Oh ja, auch wieder wahr. Also, entweder ihr haut ab oder ich setze mein Klebeklatscher-Monster auf euch an. Klitzekleiner, schnapp sie dir. Wow! Ich glaub's nicht. Der Klitzekleiner ist das Klebeklatscher-Monster? Das ist der absolute Wahnsinn. So wie's aussieht, hast du kein Monster mehr, Nachtninja. Nein, nein, nein. Klitzekleiner, ich befehle dir, dich sofort zurückzuverwandeln. Bitte, bitte. Vielleicht brauchen wir Anjus' Hilfe ja gar nicht. Ja! Jetzt schnappt ihr die peinlichen PJs! Wir müssen ihn wieder in den Klitzekleinen zurückverwandeln. Und zwar schnell! Was ist denn? Tja, ich an deiner Stelle würde ja weglaufen, bevor mein Haustierdrache zurückkommt. Ich gehe nirgendwo hin. Gut, ich hab dich gewarnt. Huhu, Drache! Hier ist ein Eindringling! Gib mir die Steine! Ich würde tun, was du sagst, Nachtninja! Was? Was macht ihr denn hier? Ich sagte doch, ihr solltet in eure Welt zurück. Auch schön, dich wiederzusehen. Wir sind hier, um zu helfen. Ich brauche eure Hilfe nicht. Das ist mein Zuhause. Ich beschütze es. Psst! Anjalinus, hol schnell die restlichen Steine, während sie streiten. Nein! Hey, wo ist sie hin? Offensichtlich ist sie vor Angst abgehauen. Ha! Von wegen, Beschützerin des Berges. Jetzt werde ich meine neuen Kräfte freisetzen. Noch ist es nicht zu spät, um wegzulaufen, PJ-Plagegeister. Wir werden nirgendwo hingehen. Okay. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Sehen wir doch mal, was dieser hier kann. Oh, scheint so, als könnte ich mit diesem hier alles zu Stein verwandeln. Einschließlich euch. Oh, oh! Aufteilen! Nachtninja! Hier oben! Komm zurück! Super Katzen-Tempo! Wo ist der hin? Dumme PJs! Gegen den ultimativen Ninja habt ihr keine Chance. Passt auf, was jetzt kommt. Oh, oh! Gecko, komm her! Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Wir müssen Romeo aufhalten. Wir suchen seinen Metallfreund später. Ich meine, er ist nur ein Roboter. Ringelndes Reptil. Das war wirklich gemein von Connor. Und sieh uns an, Eulett. Wir stimmen ihm auch noch zu. PJ-Robo dachte bestimmt, wenn uns der Roboter nicht wichtig ist, dann ist er uns auch nicht wichtig. Deshalb ist er wahrscheinlich verschwunden. Wir können ihn nicht allein lassen, solange Romeo sein Unwesen treibt. Gehen wir! Der unglaubliche Catboy springt elegant wie ein Panther. Mit einem Katzenbrillen! Ja! Vielleicht hätte ich den alten Blecheimer doch reparieren sollen. Minibot? Ah, sieht aus, als würde ihm sein großer Dosenkumpel leidtun. Und? Wie ist die Lage bei PJ-Robo? Nicht gut. Wir brauchen deine Hilfe, um es wieder gut zu machen. Wieso? Ist er böse? Wohl, er verletzt. So verletzt, dass er weggelaufen ist. Wir müssen ihm helfen. Er ist nur ein kleiner Roboter. Das! Genau das hat ihn verletzt. Weißt du noch, als Gecko vorhin gesagt hat, wir sollten Roboter reparieren? Und du hast gesagt... Er ist nur ein Roboter. Das klingt furchtbar. Ich hab nicht nachgedacht. Wir ja auch nicht. Wir haben dir zugestimmt. Das ist eine Katastrophe. Ich bin sicher, er verzeiht uns, wenn wir uns entschuldigen. Aber dazu müssen wir ihn erst finden. Und zwar sofort! Fast leer? Hier kommt Papa. Aufpassen! Schulbus! Du lenkst mich nicht ab, Ninja! Whoa! Hey! Bei meinen Katzenschnurrahmen! Tut mir leid, kann grad nicht kleben bleiben! Juhu! Brennassistent im Einsatz! Diese Betrüger! Da gibt es nur eine Lösung! Ihnen hinterher und überholen? Ich zahle es Ihnen mit Ihren eigenen Waffenheim! Betrügen? Das darfst du nicht! Helden spielen fair! Du brauchst nur dein Können! Es wird kein richtiges Schummeln! Versprochen! Äh! Äh! Also soll dir das im Grunde nur einen helfenden Schubs geben? Ja, so in etwa! Ist die Rampe fertig, Gekko? Wieso soll sie hier stehen? Die anderen Fahrer sind dort drüben! Eulenflügelwind, Eulett! Eulenflügelwind! Juhu! Ja! Ja! Das Katzenbaby ist in Führung? Stoppt ihn! Verwirrt ihn, Macken! Hebrige Überraschung! Und jetzt supergröße! Catboy! Alles okay? Die machen von nichts halt! Wir müssen ihre Fahrzeuge manipulieren! Bitte, für meinen Katzenflitzer! Ich habe gereimt! Was? Hä? Was führen diese Ninjas im Schilde? Sie geben zu schnell auf! Hä? Sie geben zu schnell auf! Für mich, die Höhle! Oh nein! Es ist eine Falle! Gecko! Eulenflügelwind! Feucht dich da lang! Komm zurück! Er kann! Gerhard! Jetzt fliegt es über den Darm. Kein Pirat verpasst meinen Matrosenklebe-Klatscher. Diese nervigen Ninjas haben uns reingelegt. Sie haben uns hier hinausgelockt. Während sie etwas anderes geplant haben. Folgt mir. Ninja-Linus! Oh-oh! Der Ninja-Pirat schlägt wieder zu. Ist die Blockade fertig, Ninja-Seemänner? Bleibt bloß vom Rätselberg weg! Oh-oh! Aua! Und wie sollen wir sie jetzt aufhalten? Hey, Nacht-Ninja, hast du eine Idee? Ja! Schätze, wir müssen ran. Na los, wir müssen sie einholen. Und dann nehmen wir die bösen Hündchen an die Leine. Ich bin der Anführer des Rudels, also gehe ich zuerst rein. Du, der Boss? Ich habe den ersten in einen Wolf verwandelt. Sie gehorchen nur mir! Hör auf zu schocken! Hör du auf! Die sind für euch, Pyjama-Kinder! Diese Hündchen sollten an die Leine! Superkatzen streiten! Achtung! Riesen-Klebe-Klatscher! Die Hündchen brauchen ein Bad, wenn wir sie nach Hause gebracht haben. Wenn wir es schaffen, sie nach Hause zu bringen. Der Klebe-Klatscher ist stark. Vielleicht kriegen wir sie nie vom Berg herunter. Ah! 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 Danke, Vergilino! Das war ein Ninja-Finger, oder? Wir müssen sie dazu bringen, Sitz und Platz zu machen! Ah! 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 Gut gemacht, Roboter-Kumpel! Bereit für die nächste Runde? Wie du befiehlst, Guttel-Till-Kumpel! Ein Kumpel ist nicht jemand, der einfach nur tut, was man sagt! Tja, aber es macht Spaß, wenn sie es tut! Guttel-Till, er ist der Boss! So ist es! Ah! Was wisst ihr, PJs, schon? Ihr sagt mir ständig, was ich tun soll! Nur wenn du Sachen machst, dir keinen Sinn ergeben! So wie jetzt! Ah! Runde 2! Roboter-Ringen! Wie wär's denn, wenn wir trainieren, die Welt gemeinsam zu retten? Wär lustig! Und nicht so gefährlich! Wir könnten Tipps austauschen! Und gegenseitig Moves zeigen! Näh! Ich will Roboter-Ringen! Ich auch! Legen wir los! Komm schon, Roboter! Zeig ihr, wer der Beste ist! Aber das sind doch Sie, Meister! Gewinn endlich! Roboter ist glücklich! Ah! Das schießende Teil ist auf keinen Fall besser als ein PJ-Kumpel! Ich weiß, Gecko! Sorgen wir einfach dafür, dass nichts zerstört wird! Okay! Keine Schläge unterhalb des Rumpfes! Jetzt hab ich dich! Was? Oh, meine Schrauben sind locker! Ich schaffe das, Meister! Oh nein! Boom! Roboter, hat ich jetzt! Stopp, ich kitzel! Eins zu eins! Übernehme die Quentherrschaft! Geht's dir gut? Besser als je zuvor, Kumpel! Wunderbar! Zeigen wir, Romeo, dass du wirklich die beste Helferin aller Zeiten bist! Du bist mein bester Freund! Er ist jetzt ein richtiger Ninja und ein Böser noch dazu! Aber das ergibt keinen Sinn! Ja! Was hat Nacht Ninja eigentlich vor? Ich weiß es nicht! Aber unser Lehrer ist niemals böse geworden! Wisst ihr noch, was er uns beigebracht hat? Den super Seitenflip! Ja! Und seine tolle Stunde über ägyptische Katzen! Und die Stunde über die Hornstabelmolke! Das hat mir geholfen, meine Eidechsen-Natur zu schätzen! Der Schnitzeljagdunterricht! Dabei haben wir gelernt, wie man Dinge sucht! Dadurch bekam ich die Idee hierfür! Eulenaugen! Da sind sie! Bleib sofort stehen, Nacht Ninja! Was hast du mit unserem Lehrer gemacht? Ich hab keine Ahnung, wovon ihr da redet! Ich denke, du weißt es genau! Unser Lehrer wird zum Ninja und du hast nichts damit zu tun? Unwahrscheinlich! Ninja wow! Oh, Spatzenhirn! Verstehst du's nicht? Er ist ein Ninja! Ganz und gar! Seht ihr irgendwo, dass wir Ninja-Magie machen? Oder Ninja-Zauber sprechen? Nein! Ganz genau! Füchstezeit, ein Held zu sein! Startet ein Ninja-Angriff! Ninja wow! Flatternde Federn! Schnell, Gecko! Super, Gecko-Muskel! Seht es ein, ihr Plagegeister! Euer Lehrer ist von ganz allein zum Ninja geworden! Wo ist er? Sucht ihn! Wir müssen ihn auch suchen! Schließlich muss er uns morgen unterrichten! Eulett, ist das wirklich eine gute Idee? Was ist, wenn er insgeheim super böse ist? Ist er nicht! Niemals! Nicht unser Lehrer! Wir kennen ihn seit der ersten Klasse! Bereits für die Landung! Sehen wir uns mal um! Leute, ich hab was entdeckt! Reifenspuren! Die sind nicht von Luna! Romeo's Labor? Nein! Er ist unten in der Stadt! Wir haben ihn beobachtet! Die Spuren müssen vom letzten Mal sein, als er hier war! PJ Robo hat recht! Hier ist überhaupt nichts! Lasst uns weiter auf Kometenjagd gehen! Du willst fliegen? Tja, also gut! Sie gehört ganz dir! Ja! Flatternde Federn! Das ist unglaublich! Ich glaube, ich fühle mich wirklich stärker! Ähm, was ist da passiert? Langsamer, PJ Robo! Aktivier die hinteren Triebwerke! Schon okay, Kleiner! Lass mich ran! Er zieht uns rein! Boah! Wo... Wo sind wir? Wo sind wir? Ruf sie zurück, Luna! Okay! Hä? Ist nur eine Übung! Übung wofür? Brauchst du etwa eine Flugstunde, Eulets? Was? Ha! Häää! Romeo! Jetzt zahle ich's dir heim! Darf ich? Motten? Doch! Die können mit meinen brillanten Erfindungen nicht mithalten! Häää! 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 Hör auf damit, Luna! Wir klären das! Das werden wir! Ich lenke ihn ab! Hä? Hast du ein kleines Flugproblem? Ich doch nicht, Spatzenhirn! Ich bin der Schucke der Lüfte! Häää! Oh! Spitzenmäßig! Antriebsdüsenfehlfunktion! Du steckst mit Luna unter einer Decke? Ich verhindere nur, dass Romeo die Insekten verteilt! Kommt schon! Ist nur ein harmloser Spaß! Wir sind Helden, Eulet! Wir sollten immer nur Gutes tun! Aber ich tu nur Gutes! So oder so! Er hat angefangen! Bei meinen Katzenschnurrahmen! Na? Wie kommt ihr nervigen Motten mit meinem Altstrahler zurecht? Hör auf, Romeo! Wie wär's, wenn du aufhörst, Katzenbaby? Los, verschwinden wir! Du musst damit aufhören, Eulet! Du verschlimmerst es nur noch! Romeo ist der, der die schlimmen Dinge tut! Ich finde, für eine PJ Mask bist du ganz okay, Eulet! Holen wir uns den Eistrahler? Wie? Ich habe die Motten! Du kannst diese Platter-Sache ja machen! Eulenflügel, Wendt? Hä? Hier geht's zur Gelassenheit? Deshalb will der stolpernde Steinkopf meinen Berg hinaufstopfen! Heißen wir ihn herzlich willkommen! Aber wie? Kommt schon! Als wäre der Einsatz von Klebeklatschern einem Superstar-Ninja würdig! Na schön, aber das war meine Idee! Meister, ist das ein friedvoller Bergvogel? Nein, es ist ein nerviger Ninja-Klebeklatscher! Ninjas! Ich bin ein bisschen zufrieden! Nein! 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 Ich weißer, Meister Catboy! Auf dem Berg kann mich nichts aus der Ruhe bringen! Du hast wie ein wahrer Held gesprochen! Aber gehen wir bis zum Gipfel! Nur sicherheitshalber! Hm, Erdferkel Till ist cool geblieben! Aber ich weiß schon, wie ich ihm auf die Nerven gehen kann! Böser Planlacher! Mwahahahaha! 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 Der Berg funktioniert wirklich! Ich fühle mich total entspannt! Entspannt! Ja, kein Grund sich Sorgen zu machen! Ah! Dieser weiche Flummi hier ist super entspannend! Ach ja? Aha! Äh, dann ist das wohl ein antikes Steinkissen! Wird seit dem Altertum genutzt, um auf ihm die Gedanken zu entspannen! Ich will dich ja nicht stressen, Meister Catboy! Aber ein Steinkissen? Ja! Was für ein Glück, dass so eins hier einfach herumliegt! Mwahahahaha! Ja! Ja! Ja!